So I'm gonna stand up, calling me to answer, gonna keep on... Ganz, ganz ehrlich, versucht das mal nachzumachen, das ist unmöglich. Ihr seid match made in heaven. Das ist das beste Battle, was ich hier jemals gesehen habe. The Voice of Germany. Donnerstag, 20.15 Uhr, ProSieben. Und Sonntag, 20.15 Uhr in Sat.1. Tag, 20.15 Uhr in Sat.1 Untertitelung des ZDF, 2020